Freunde, wir haben die 50.000 Abos erreicht, Freunde. Jetzt ist das neue Ziel 60.000. Da gibt es noch einen krasseren Stream mit Giveaways, alles drum und dran. Also, verprügelt den Abo-Button, Freunde. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wer A in der EY-Themen-Shop nicht eingibt, stinkt. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht's wieder los, Freunde. Wir spielen ein Escape Room. Aber ein Duo-Escape Room. Das heißt, du, wir sind zwei. Und man allein schafft man nicht. Deswegen muss ich jemanden mit dabei haben. Und es gibt eine sehr intelligente Person, die hier neben mir steht, Freunde. Ohne ihn würde ich das niemals schaffen. Ja, mit dabei. Schreibt jetzt in die Kommentare, wer es ist. Oh, du Mann. P-Q-E-E. Oh, Giovanni. Kommst du machen meine Pizza? Lecker. Komm in meine Restaurante. Ich habe eine Tomate auf der Kaffee. Und ich bin der beste Escape Room. Vielleicht dachte, du bist Franzose. Ähm, oui, André. Wir machen halt deine Chance. Okay, Freunde. Wie ihr seht, wird es schon lustig. Deswegen bleibt gerne bis zum Schluss dabei. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Let's go! Let's go! Let's go! Okay, ich muss irgendwo runterspringen. Ah, hier ist ein Knopf. Bei mir ist ein Knopf. Okay, hau mal gegen. Hau mal gegen. Bounce. Oh, ich bin gestoppt. Du hast mich gekält. Okay, das war knapp. Digga, wie scheiße bist du? Hä, du drückst doch den Knopf. Du musst auf ganz an die Spitze, weil das ist doch ein Ping-Poll-Bouncer, Digga. Achso. Du musst an die Spitze. Da. Warte, warte, warte. Okay, mach. Ach, genau. So. Tu's, tu's. Finger in die Ritze. Ähm, warte, warte. Also doch nicht so an die Spitze. Doch, an die Spitze. Mach jetzt, mach jetzt. Geh mal runter. Geh mal runter. Geh mal runter. Geh mal runter. Ja. Geh mal runter. Nein, ganz weg. Ganz weg davon. Ja. Guck dir das Ding erstmal an. Ja, schau mal. Mach, mach. Guck mal, wie das haut. Ah, okay. Und warum bin ich gerade nicht weggeflogen? Weiß nicht. Nicht, mach einen Hauf. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Warte. Okay, probier, probier. Ich war an der Spitze. Oh. Ja. Einfach so. Random, Digga. Bei mir ist ein Loch, Digga, wo eine Todeszone ist. Ich glaube, du musst da irgendwo was abschalten, Digga. Ich habe hier vier Knöpfe. Okay. Ich drücke mal den. Ja, 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 ja. Okay. 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 Warte, warte. Geh rein, geh rein. Geh rein. Nice. Sag, wenn du unten bist, dann glaube ich, muss ich den nächsten drücken. Und warte, da ist eine Falle. Ja, du musst dann den nächsten drücken. Drück den zweiten. Drück, 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 drück. Habe ich. Jetzt den dritten, den dritten, den dritten. Habe ich. Und. Nice. Hast du geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, hast du geschafft. Okay, okay, okay. Okay, ich muss jetzt irgendwie hochgehen. Ich muss jetzt irgendwie hochgehen. Ich habe einen Schalter geöffnet. Okay, okay, okay. Das wird aber schnell, ne? Okay. Okay, warte. Mach, mach, mach. Okay. Jetzt der nächsten, nächsten. Ja. Äh, nächsten. Ja. Nissen. Ja. Uff. Nice. Ich glaube, das hat funktioniert, Digga. Das hat funktioniert drüber. Warte mal. Hä? Auf einmal habe ich schwere Lose-Dings an. Ich kann. Okay. Also, ich sage dir jetzt, was bei mir ist, Andrea. Ja, ja. Bei mir. Ah, du hast schon geöffnet. Du hast schon geöffnet. Okay. Ich kann so. Okay. Reifen hochgehen. Und zur nächsten Stage. Warte. Okay, bei mir ist so ein Barriere-Mesisch. Ich kann hier nicht durch. Guck mal, guck mal. Jo, was geht ab? Guck mal, bei mir ist so eine Barriere. Ich kann nicht weiter. Du musst, glaube ich, zuerst. Oder musst du mich irgendwie boosten oder so. Warte, nein. Ich muss dir Leben geben. Boah, musst du das jetzt hier rüberschmeißen? Ja, Digga. Wir rufen ohne mein Geil. Und bei mir ist auch eine Falle, Digga. Okay. Warte, wie viel Leben hast du? 100, 100. Noch ein. Zwei noch? Einer noch? Okay. Jetzt kann ich durch, glaube ich. Okay. Warte, ich nehme ganz viele mit. Ah, ich muss durchlaufen. Ich muss durchlaufen. Du musst mich immer heilen. Ja, Bruder, warte. Nein, ich laufe einfach durch. Achso. Achso, Digga. Du bist ja auch noch mal Profi. Digga, ich bin Healer, Level 80. Nein, ich bin gestohlen. Nein, 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 nein. Ich schaffe es vielleicht. Ich schaffe es vielleicht. Ich muss dir Healen, Digga. Oh, du Mann. Hast du geschafft? Komm, 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 komm. Ich habe eine Mense aufgesammelt. Äh? Wie weit geht das, Digga? Wollen wir loslegen, oder was? Okay. Let's go. Warte, ich warte. Ja, ja, let's go. Ich brauche länger, weil ich bin... Ich bin tot. Ist egal, komm schnell wieder, komm schnell wieder. Ich heilte bis hin durch. Schaffst du, Digga. Sammel dich schnell auf gleich. Und schmeiß direkt auf mein Gesicht. Ja, ich komme, ich komme. Warte. Digga, warte mal, was machst du da? Schnell, ich habe 20 Leben. Ich habe 20 Leben, tu es. Warte mal. Nice, Digga. Okay, heil mich schnell, Fall. Noch einen, noch einen, noch einen. Okay, let's go. Digga, du schaffst das. Ich glaube an dich. Warte. Oh, shit. Ich kriege unermal Fisch an. Ich kriege unermal Fisch an. Heil mich. So, langsam. Wir müssen es langsam machen. Ganz chillig, Digga. Ganz chillig. Achso, wie viel Leben ich... Schaden ich kriege. Okay, let's go. Oh, shit. Das ist auch nochmal schwer. Okay, ich muss jetzt bis zum Ende hinkommen. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Ich habe es geschafft. Ja, ja, komm, komm, komm. Bist du beim Fenster? Heil mich, heil mich, heil mich. Okay, nice, 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 nice. Okay, bist du bereit? Let's go. Warte. Ich gehe schon weiter, ich gehe schon weiter. Uff. Okay, 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 okay. Okay. Nein, geh, Falle, geh, Falle. Okay, du musst dich heilen. Okay, du musst jetzt die ganze Zeit heilen wegen Giftfalle, bis sie ausgelaufen ist. Okay. Nein, ich bin drin stehen geblieben. Fuck. Du bist so ein, so ein. Schmeiß doch ein. Okay, ich lauf durch. Okay. Hier bin ich safe, hier bin ich safe. Versuch dein Ding. Komm, 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 komm. Heil mich. Oh, shit, das war so knapp. Ich habe noch zwei, ich habe noch einen. Digga, Todesintenz. Ich bin durch, ich bin durch. Ich bin auch durch. Puh, Digga, das war das Intensivste, was ich hier in Fortnite gemacht habe, Digga. Ey, das war so AIDS, Digga. Ich habe Materialien, ich habe 500 Holz. Okay. Hier steht, bei mir steht, Drop Materials for your teammate. Aha. Here, don't walk through. Through, through. Hä? Hier ist eine Falle. Du darfst da nicht rein, da ist eine Dings. Ich muss dir das runterdroppen. Warte, ich muss dir das runterdrehen. Ah, so, dass ich das aufsammeln kann? Genau, genau, genau. Okay, nice, nice. Bist du bereit? Ja, ja, ich bin da, ich bin da. Es kommt. Okay, es kommt doch nicht. Es kommt doch nicht. Warte. Tu es, Digga, tu es. Ich glaube an dich. Uh. Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Nein. Nein, der dritte Lauf. Gib mir, Digga, gib mir. Oh mein Gott, ich bin nicht eines, Digga. Ich bin der dümmste Spaß, den es gibt. Warte, ich kaufe mal einfach ein paar mehr. Ja. Die kosten nur fünf Holz. Okay. Uh. Das sah geil aus. Hat sogar geklappt. Ich habe Stein. Choke, Giselle. Okay. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Fünf Steine nur. Kostet eine. Ich habe 25. Ich nehme mal mehr Stein mit. Ja, nehme mal ein bisschen mehr mit, weil wir sind dumm. Digga, wie viel hast du mitgenommen, Stein? Nur 25. Ich hatte nur 25. Das heißt, wir haben nur fünf Granaten. Egal, was passiert. Egal. Komm. Uh. Digga, das war perfekt. Nein, ich bin runtergefallen. Warum? Okay, bist du bereit? Let's go. Uh, das war perfekt, Digga. Ey, ich bin schon wieder da. Nein, nein. Was musst du jetzt machen? Wo bist du stecken? Ja, wenn ich springe, ist behindert, dann ist aus, Digga. Okay, du darfst nicht springen. Wir müssen ein bisschen weiter hier vormachen. So, jetzt. Okay, go. Oh. Hä? Nochmal, nochmal, nochmal. Okay, Digga, wir haben nur noch zwei Stück. Was machst du? Ja, Digga. Komm schon. Ich habe es geschafft. Yes. Okay, auf geht's. Digga, meine Tür ist auf, meine Tür ist auf. Meine auch. Da sind Gegner. Ah, okay. Ich muss das jetzt für uns beide machen, oder was? Ja. Ja, 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 musst du. Okay, okay. Komm, 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 komm. Okay, nice. Direkt in die nächste. Links von dir. Ja, 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 ja. Hä, ich komme hier nicht durch. Ah, du musst, der kommt. Ich habe Schiff. Noch eine. Nein. Komm. Wir müssen alles von vorne machen. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Oh, der Mann, bitte. Ja, komm. Digga, ich will nicht alles von vorne machen. Mann, hier ist kaputt. Das heißt, ich muss rechts lang laufen. Aber das geht auch, das geht auch. Das geht auch. Ich lenke die ab mit mir. Nix ab, lenke sie ab. Ich habe es geschafft. Oh, Digga. Ich hatte nur noch 30 HP. Vertrizzle die, vertrizzle die. Ach, bitte, Mann. Digga, was ist das mit dir, Digga? Ach, Digga. Ich hasse mein Leben. Ja. Ey, ich fick die. Jetzt aber. Ja, alles. Oh, auf geht's. Okay. Okay. Mann, Digga, wenn die noch weiter rumschießen, gehe ich gleich rein und klatsche hier oben, Digga. Hä, warte mal, ich kann hier irgendwo hoch. Du, Team-Mate's Floor ist Lava. Ich muss, ich muss dir die Bots bießen, wegschießen. Ah, aber von da oben, denke ich mal. Ja, von da oben, ja. Pass auf, er schießt auf dich. Ja. Ach so, er schießt, er schießt, er schießt, hast du, Digga, er hat auf dich geschossen und mich getroffen. Seine Bulle ist einfach nach links geflogen, obwohl er gerade ausgeschossen hat. Junge, ich bin so kacke, Digga. Digga, wie kannst du das daneben schießen? Das ist unmöglich. Okay, okay. Kann ich jetzt weiterlaufen? Ja. Ey, ich laufe die ganze Zeit. Okay, laufe, ich muss den Dauer stöten. Ach so, ups. Lauf, laufe, laufe. Ich habe Bounce-Pad und Münze. Bounce-Pad und Münze. Okay. Ich gehe wieder raus. Kannst du da was machen? Ich bin draußen, ich bin draußen. Wo? Ich habe es spaziert. Oh, Digga, GG. Okay, tu es. Ich glaube an dich, Digga. Nice. Du hast es geschafft. Und jetzt? Okay, only two players exist. Okay, warte. Geh hoch, du musst irgendwas für mich freischalten jetzt. Use the crossbow to mark where your teammate can jump. Du musst mir zeigen, wo ich hin kann, Digga. Da kann ich hin? Sieht man das? Siehst du das? Nein, ich habe den Pfeil gesehen. Ja. Okay. Okay. Ich schieße immer an den Rand, sodass du... Warte. Genau da hinspringen musst. Du siehst gar nichts jetzt, ne? Nee, überhaupt nicht. Okay. Ich sehe nur unten dich. Versuch mal dahin. Hast du gesehen? Ja. Nein. Okay, du kannst bis hier vorne hinlaufen. Siehst du das? Okay, ja. Dann kannst... Musst du hier hinschießen. Äh, hier hinspringen. Schießen? Okay. Okay, dann geh bis zum hier, bis zum Rand. Siehst du das? Warte, ich schieße nochmal hin. Da ist der Rand. Ja, ja. Okay, dann musst du jetzt hier rüber. Das ist der Anfang vom Block. Nice. Okay, okay. Warte, ich komme kurz hinterher. Endlich so. Ja, Digga, wir schaffen das. Okay, du kannst bis hier hinlaufen. Okay. Okay, wenig. Okay. Und hier ist der Anfang vom Block. Yes. Oh, ja. Okay, jetzt musst du hier rüber springen. Das heißt, siehst du, ja, ne? Yes, okay. Fünf, Digga, Marschinen. Ich hab hier first and last. Guck mal, ich bin hier, das ist mein letzter Dings. Warte kurz, was ist das, was ist das, was ist passiert? Oh, okay, nice. Ah, okay. Okay, jetzt muss ich springen. Okay, first. Ja, aber lass dir Zeit. Okay, ich bin auf first. First. Okay. Ich sag dir, ich sag dir go, wenn du switchen musst. Okay. Go. Uff, okay. Jetzt das nochmal, das nochmal. So, jetzt geht, und jetzt das andere nochmal, ne? Okay, jetzt wieder auf first gleich, wenn ich sag. Okay. Go. Uff. Okay. Okay, hast du's? Ja, Mann, ich hab's, ich hab's. Okay, so. Ich muss jetzt irgendwo hoch springen. Du auch? Naja, ich auch. Okay, ich bin gestorben. Äh, ich nicht. Obwohl ich eigentlich Fallschaden bekommen hätte müssen, haben können. Hä? Hä? Ach, Mann, ich hasse diese Pilz-kacke Dinger, Mann. Ein Dach machen, Mann. Ja. Da machen, Mann. Ja, genau. Soll ich das tun? Okay. Ja, du musst das genau da über meine Öffnung setzen. Hä? Weil da ist so eine Todeszone. Guck mal, wenn ich hoch springe, ist so ein Loch, wo ich rein kann, und dann geht's noch drüber, wo eine Todeszone ist. Du musst diese Todeszone absperren von mir. Genau so. Perfekt. Okay, versuch. Nice. GG, Digga. Digga, wir sind Machines. Digga, wir sind Ball-Machines. Ball-Machines. Was geht? Komm raus, Burak. Okay, Digga. Oh. Oh, ich hab RP. Ich bin Burak. Sorry, Burak. Hi, ich bin Burak. Aber schieß nicht auf mich, Digga. Okay, was müssen wir... Rocket-Ride? Ich Rocket-Ride dich, und dann öffnest du was. Hallo, krieg ich auch mal die Granatenwerfer her. Achso, hier. Jetzt hole ich mir selber. Oh, Mann. Okay. Okay. Sag, wenn ich schießen soll, okay? Okay. Äh... Schieß. Oh, das war knapp, Digga. Okay, knapp. Okay, okay. Okay. Schieß. Okay, wir müssen noch ein bisschen länger. Nein, ich bin früher. Warte. Warte, ich muss mir selber ausdenken. Okay. Okay. Spring. Hä? Nochmal, nochmal. Okay, okay. Warte, warte. Ja? Spring ein paar Mal, damit ich dir das teilen kann. Ja, ich mach. Nein, du hast mich gekillt. Du wirst abspringen davon, Digga. Du wirst davon abspringen. Ja, Digga, ich hätte niemals geglaubt, dass das funktioniert. Schade. Hä? Ich durche die ganze Zeit. Bei mir bist du gerade geflogen. Echt? Bei mir bist du gerade geflogen, ja. Okay. Bringt nichts. Ich habe die ganze Zeit ledigst du durchgespammt. Warte mal, warte mal, Digga. Wie soll das funktionieren, Digga? Es hat funktioniert. Es hat funktioniert, Digga. Genie. Komm rüber, Bruder. Komm rüber. Okay, nice. Auf geht's. Was kommt jetzt? Okay. Warte. Okay, ich gehe runter. Und dann... Uh. Digga, du musst jetzt am Knopf bleiben. Ja. Und ich muss runterspringen und wenn ich unten ankomme, musst du drücken. Ja. Okay. Okay, okay, sag dann wieder, ja. Tu es. Auf geht's. Ich habe es direkt geschafft. Ja. Okay. Und jetzt kommst du... Kannst du einfach runter? Nein. Du musst für mich auch machen. Ach so. Okay. Irgendwo. Ich mache Zone 1 auf. Ja, mach die Zeit auch. Zu früh. Äh. Zu spät, zu spät. Okay. Ja. Wir müssen nochmal machen, wenn Zone 1 auf geht, okay? So, warte. Ja, Zone 2 auf, Zone 2! Hast du? Ja. Ich habe es geschafft, okay. Okay. Du musst jetzt für uns alles totschießen, Digga. Oder für mich eher. Ich glaube, ich muss rüber. Ja, warum musst du immer schießen? Hä? Ich weiß auch nicht, Digga. Guck mal, da ist noch rechts ein Pisser von mir. Wo? Da hinten. Siehst du ihn? Ja. Okay, ich glaube, die spawnen noch nicht wieder. Okay, die spawnen wieder. Fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Ich treffe ihn nicht. Mach irgendwas noch. Egal. Alles gut. Ich bin safe. Ich bin runtergefallen. Äh? Nein, nein, nein. Ich habe eine Idee. Ich stratze einfach durch. Ich habe es geschafft. Nice. Auf geht's. Ach so. Ach so, guck mal, was ich bin. So, Andre, du wolltest aufnehmen? Ähm. Wir sind gerade in der Aufnahme. Ich habe es geschafft. Aufnahme. Schieß doch auf ihn. Hi, Leute. Ich bin auch dabei. Hi. Schreibt mich einen Titel. Schreibt mich einen Titel. Okay, KidMap ist auch dabei. Schreibe ich. Okay, danke. Aber ich schreibe wirklich KidMap ist auch dabei. Das würde ich nicht. Soll ich den Titel so nennen? Ich will das im Video haben. Ich will. KidMap ist auch dabei. Soll er irgendwo stehen. Mir egal. Ob es der ganze Titel ist oder ob es nur ein Stück ist. Ich schreibe KidMap und Odoman einfach und dann in Klammern kein Clickbait. Okay, das ist auch gut. Ist so in Ordnung, oder? Warte, warte. Ich schütze mich. Willst du Fahrer oder willst du Schütze? Ich bin lieber Fahrer, Bruder. Oh, Digga. Das wird richtig schlimm jetzt. Okay. Geh über die Sponplatte. Weißt du, wie das funktioniert? Warte mal. Warte mal. Das funktioniert gar nicht. Doch. Nein. Guck mal. Hier ist ein Knopf. Hier ist ein Knopf, Bruder. Respawn Robot auch. Okay. Das war... Ähm. Können wir weitermachen? Okay, wir können. Ich bin Schütze. Äh? Ich habe einfach eine Skye in der Hand. Ja, ich bin Fahrer. Komm rein. Okay, damit ich schütze. Warte mal. Wie springt man nochmal so hoch mit dem Ding? Ah, ich spektiere euch. Alles klar. Ähm. Nice, André. Und mit Shift shiftest du. Rechts. Ja. André. Ey, Digga. Kleine Story nebenbei, Freunde. Ich habe schon mal so einen Mech-Dev-Fan aufgenommen. Und da war genau das, was jetzt gerade ist. Ich habe das eine Stunde aufgenommen. Ich habe... Fick dich. Ich habe 40 Minuten lang hart rumgeraged. Mein Kopf war rot und ich habe die Aufnahme gelöscht. Komm. Odeman, probier es, wenn du es nicht hinkriegst. Ich schwöre, ich quitte. Sag ein, Baby. Sowas macht mich überaggressiv. Komm. Ich glaube an dich, Digga. Du bist unsere letzte Hoffnung. Okay. Nee, Digga. Das war der perfekte Try. Wenn das nicht funktioniert, was soll ich machen, Freunde? Was soll ich machen? Digga, was soll ich machen, Digga? Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Checkt Odeman in der Beschreibung. Gebt meinen Creator-Code ein. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ciao.